Christian Dior, der Erfinder des New Look, glaubte, dass Mode ein Produkt der Träume sei und Träume die Flucht vor der Wirklichkeit. Seine New Look Kollektion war eine Rückbesinnung auf den Luxus und das reife Schönheitsideal vergangener Zeiten. Mit dem New Look hatte er folgende Bewandtnis. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.